Insoherz, Schlag für die Peripherie. Für unser Krankenhaus in Schlanders. Wir nehmen das Signal ernst und setzen uns Zug um Zug dafür ein. Ein unüberschaubarer, emotionsgeladener Menschenzug hat sich dort zur Mahnwache versammelt. Dieser Bevölkerungszug bekundet sehr überzeugend die grossen Sorgen um unser Spätoon. Die bisherigen Abteilungen und Prämariate, die derzeit sehr gut betreut und geführt werden, müssen weiter bestehen bleiben. Denn gleich so kann die spitalärztliche Versorgung eines jeden Bürgers bestmöglich gewährleistet werden. Wir werden auch weiterhin Augen und Ahren offen halten und für unser Spital in Schlanders hinzusetzen. So wie beim Zug brauchen wir auch in der Medizin keine zwei Klassen. showt certeza. Musik Untertitelung des ZDF, 2020